x-fue h h h ist das geiler platz in der warte sind es nicht als war wir sagen dass alle heute was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von CSGO K.O.N.T.S. 3 Global Offensive mit mir in der Showbox und heute ist wieder eine neue Mission dran Operation Wildfire natürlich die flash mission vom licht geblendet felix du geile wurde ja vielen dank dafür wir müssen 15 menschen spieler was auch immer terroristen karakteristen auf einer aber wir schon wildfire map töten töten was flächen natürlich und 15 im gelegenheitsspiel ist glaube ich nicht jetzt da online 15 auf kurs ist denke ich mal nicht schwer es gibt ein paar bereiche wo man einfach mal reinflächen kann wie so ein wilder hengst und dann mal einfach so fünf leute vielleicht sind so das ganze ding ist ja besser 15 das heißt ja max 15 runden also 15 vielleicht hat es ja schon angefangen sind ein bisschen im nachteil aber juli was soll es juli ist guck mal den unfähigen mädchen noch zu ob das mit der geisel klappt ihr mal nicht okay und es geht das so wir kaufen natürlich auch so ich habe nur eine flash immer oder kann ich die irgendwo schnell schmeißen wieder eine neue holen wenn ich das schaffe hat niemand geflasht kann ich noch mal gucken okay also zwei können wir kaufen die koffer sind das aus okay ja gut eine fläche hat man schon mal wir meinen eben brauchen wir heute nicht zu diskutieren also ich kann zwei leute vielleicht zu flächen oder ich ahne dass ich mehrere maps schwimmen muss weil die scheiße schon drei runden angefangen hat man so na gut wir sparen noch mal ein bisschen ich werde direkt weil ich meine fläche absetzen drei marken 1000 times ja man zwei geflasht okay das ist hier die x russen extreme taktik hälfte damit ja die als schicht treuern mann heg kuck wegkammer macht hälfte ich lasse leck fd pp treierer okay er hat sich genau zu halten es ist mit dem übrigens was auch nicht geschickt wird der schenk So, ähm, wir holen uns natürlich wieder die Galia, so, direkt Flashy, weil ich kann ja einmal hier hingehen und einmal dazugeben hingehen. Jawolls, K. So, jetzt kaufe ich mir wieder eine. Oh Gott, ich will. Jetzt geh ich unten hin, weil, oder? Ich geh nochmal oben hin. Jawoll, nochmal zwei, Mann. Easy, was wollt ihr tun? Ich spiele auch in letzter Zeit nicht mehr so krass Matchmaking, sondern mehr auf Community Maps. Ich habe auch ein neues Crosshair, dem es ja nicht aufgefallen ist. Und, weil, 128 Tick, Leute, bei 64, da wirst du echt adelig. Jetzt muss ich mal hier ab. So, nehmen wir uns eine schöne AK mit. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Gucken wir mal, was hier so an der Front abgeht. Wahrscheinlich noch weniger. Okay, bisschen backende Texturen. Ist auf einer Neuen nichts Neues. Hast dich aber schön verraten. Okay, die hintere Geisel wurde befreit. Da gehen wir mal sagen, hier hin. Das spielen wir jetzt schön taktisch runter. Ja, ich guck hier. Der Mate könnte ja die andere Seite checken. Wir hören natürlich auf professionelle Steps. Dicke, wo ist der? Dicke, was? Dicke, was? Dicke, was? Dicke, was? Wie gesagt, ich spiele jetzt 428 Tick, weil, mach K. Warum nicht? Ist einfach gechillter. Da gibt es diese, ich weiß nicht, ja, erkenne bestimmt. äh, Crinnies, Crinnies, K. Nein, okay. Äh, Crinnies hier, Match-Server. Prozent 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 Romney ich wollte noch in Sicherheit bringen aber es ging nicht mehr was hätte es einsetzen und ich hab drei geflasht was und was das habe ich gar nicht gecheckt aber nice ob der x-flash ist am auspacken ich brauche noch vier ich glaube bei der letzten waren es 30 ne aber da war es da war es halt egal da hätte es auch das 2 sein können und so von daher ging das relativ klar so AK und Flash und los geht's erst wieder unten hingehen und oben dann wenn das total wieder überlagert wird das könnte sein dass die jetzt zum Beispiel das gewinnen das heißt es geht nur acht runden oder so ich sollte schon jetzt versuchen und drei auf einmal zu flashen ist natürlich eine Wucht hat wahrscheinlich eh niemand gerade geflasht auch hallo hallo tschö die haben schon eine geise die haben schon eine geise die haben schon eine geise machen also drei flasche drei flasches oder wie weil du flaschst ja niemand ach keine ahnung leute krass leute krass leute krass warum geht es immer wieder zurück zum sporen hauptsache ich habe zwei Leute flasch einen einen hä was geht bei dem ach so der Rabbit hat ja an der Hölle der Rabbit hat an der Hölle junge oh ne den haben wir gleich nochmal beobachten Jungs scheiße digga ich ihr wisst wie ich ja am rasten einen einen flasher das ist ja jetzt womöglich Jungs das wäre digga das wäre ja schon ESL würde ich hier hallo booms jungen zwei hab ich noch geflasht alter easy vielleicht doch ich lass mal kurz zum ragehacker kill den Jungs da kriegt ihr nochmal xv Thigh ist das geil Jaja 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 oh Things Doll soldat chopping beyond attel roll naja with gg ja 3 so schön und Mission geschafft jungs easy 300 xp ja wenn es euch gefallen hat diese kleine Flash Mission dann lasst doch eine Bootswärter da ansonsten haut rein Leute bis zum nächsten Mal und ja ciao ciao